So, hallo und herzlich willkommen und nein, ich bin nicht Ben, der vergessen hat sich zu rasieren, sondern heute will tatsächlich ausnahmsweise mal ich euch ein Spiel vorstellen und zwar soll es heute um Dune gehen. Allerdings nicht um dieses Dune, was ein hervorragendes Buch ist, sondern um dieses Dune. Nicht den Film, wobei ich dafür bete, dass er so gut wird, wie er aussieht. Ich habe da vollstes Vertrauen in den Niveau. Wir werden sehen, nein, nein, ich möchte mit euch über das Brettspiel reden, allerdings nicht über das Brettspiel, dass ich hoffe, dass wir es irgendwann noch dieses Jahr auf den Tisch bekommen können mit sechs Leuten und dann wirklich mal dieses Erlebnis haben können. Nein, nein, ich möchte mit euch über Dune Imperium sprechen und zwar wird das Ganze so aussehen, dass ich euch einen Überblick über die Regeln des Spiels geben werde, wobei das bitte nicht als vollständiger Ersatz für die Anleitung gesehen werden soll, sondern dass ihr eben das Spielgefühl und das Material sehen könnt und danach möchte ich dann euch noch meine Eindrücke schildern, wie ich das Spiel finde und in welchen Fällen das Spiel etwas für euch sein könnte oder vielleicht auch nicht. Und so sieht das Ganze dann aufgebaut aus. Jeder von euch übernimmt ein Adelshaus und versucht die Herrschaft über Arrakis, den Wüstenplaneten, besser bekannt als Dune, an sich zu reißen. Gewinner ist dabei, wer als erstes zehn Punkte erreicht und nach der Endabrechnung auch immer noch vorne liegt. Sollte im Laufe von zehn Runden niemand mindestens zehn Punkte erreichen, gewinnt wer die meisten Punkte hat. Das Spiel lässt sich dabei grob in drei Segmente unterteilen, die allerdings stark ineinander greifen. Zum einen wäre da der zentrale Aspekt des klassischen Worker Placements, wo ihr eure am Anfang bis zu zwei Agenten auf verschiedenen Feldern einsetzen könnt, um Effekte auszulösen, wie zum Beispiel das Generieren von Ressourcen, das Entsenden von Truppen in den Konflikt oder andere Dinge. Dazu später noch im Detail ein wenig mehr. Der zweite Teil ist ein Deckbauaspekt. Auch dieser funktioniert recht klassisch. Ihr habt einen Startdeck, mit dem ihr arbeitet und könnt dieses nach und nach erweitern durch die Auslage, wo ihr neue Karten mit Spezialeffekten oder einfach verbesserten Werten im Vergleich zu eurem Grunddeck erwerben könnt. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euer Startdeck auszudünnen. Der letzte Aspekt ist der Konflikt. Bei dem wollt ihr eure Truppen einsetzen, um eure Kampfstärke zu steigern oder aber auch durch das Ausspielen von speziellen Karten oder auch diese Intrigenkarten, dazu später mehr, am Ende siegreich aus der Schlacht hervorzugehen, die am Ende jeder Runde stattfindet, um die entsprechenden Boni abzugreifen. Diese werden im Laufe der Zeit auch immer stärker, sodass sich die späteren Konflikte potenziell noch mehr lohnen. Aber wenn ihr am Anfang den Gegner habt davonlaufen lassen, dann wird es trotzdem schwer, ihn wieder einzuholen. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass all eure eingesetzten Truppen immer vollständig wieder zurück in euren Vorrat gehen, sodass es wichtig ist, das ganze Spiel über immer wieder Truppen zu generieren, Truppen in die Mitte zu schieben, also in den aktiven Konflikt zu schicken und darauf zu achten, was man genau gewinnen will und welche Schlachten man eventuell abgeben kann. Und das war dann auch schon ein genereller Überblick. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen im Detail die Besonderheiten dieses Spiels vorstellen. Insbesondere wie die Kartenmechanik mit dem Worker Placement interagiert und wie sich das Ganze auch auf den Konflikt auswirkt. Aber zuallererst werfen wir doch einmal einen Blick auf eure Adelshäuser. So und da haben wir hier einmal beispielhaft Paul Atreides, einer der Anführer, den ihr spielen könnt. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze recht übersichtlich gestaltet. Ihr habt natürlich ein sehr schönes Artwork, damit ihr auch einen Eindruck habt, wen ihr spielt. Das Ganze gibt es auch durchaus in etwas gemeiner aussehen. Und es gibt zwei sehr wichtige Aspekte, die jeweils unterschiedlich sind, je nachdem, wen ihr spielt. Und zwar ist das jeweils eine passive Eigenschaft. Im Fall von Paul kann er sich die oberste Karte seines Decks immer ansehen, um zum Beispiel zu wissen, wenn er Karten zieht, was er ziehen wird. Sprich, man kann hier dieses Zufallselement eliminieren und weiß genau, ob sich das lohnt, eine solche Aktion jetzt durchzuführen oder nicht. Und er hat eine sogenannte Siegelring-Fähigkeit, in seinem Fall Disziplin, die ihn eine Karte nachziehen lässt. Was ist jetzt diese Siegelring-Fähigkeit? Jedes Deck enthält eine solche Karte, ein Siegelring, der dieses Symbol trägt. Und wenn ihr diese Karte benutzt, um einen Agenten auf ein Feld zu schicken, dann löst das eure jeweilige Fähigkeit aus. Im Fall von Paul, wie gesagt, dass er eine Karte nachzieht. Aber wir haben hier noch andere Beispiele, zum Beispiel die gute Helena Richese, die kann dann eine Karte aus der Auslage zur Seite tun, die niemand außer ihr kaufen kann. Und sie kann sie am Ende für einen Einfluss, also sprich für eine Währung, die man zum Kaufen braucht weniger, einkaufen. Und er zum Beispiel produziert ein Solari, ein Geld extra und so weiter und so fort. Ansonsten kann man hier oben noch erkennen, ein Symbol, das dafür steht, wie komplex zumindest die Entwickler die jeweilige Fraktionen eingestuft haben. Im Beispiel von Paul ist es nur einer, also er wird in der untersten Kategorie eingeordnet, aber zum Beispiel schon der gute Herzog Leto Atreides. Ich sage, dass die Aussprache ist, je nachdem, wo ihr seid und mit wem ihr geredet habt, ist das unterschiedlich. Bei dem handelt es sich um einen Charakter der mittleren Komplexität und dann gibt es das ganze auch noch mit drei Symbolen. Eure Spielrunde gestaltet sich dann auch schon relativ einfach, denn zu Beginn werdet ihr immer fünf Karten ziehen. Ihr habt am Ende niemals Karten noch auf der Hand, das werdet ihr auch gleich sehen warum, und habt dann diese Karten zur Verfügung, um sie entweder einzusetzen, um eure Agenten auf Feldern zu platzieren oder um sie am Ende alle auszulegen, zu schauen welche Boni sie zu beinhalten, welche passiven und mit diesen zum Beispiel neue Karten zu kaufen. Aber wie spielen diese Karten denn jetzt zusammen mit dem Entsenden von Agenten? Das ist ganz einfach. Ihr könnt hier dieses Symbol erkennen, in dem Fall ein gelbes Dreieck. Andere Karten haben zum Beispiel auch mehrere Symbole. Hier sind die ganzen Gilden, mit denen man interagieren kann im Laufe des Spiels, beziehungsweise hier auf der Seite des Spielplans. Und das bestimmt, wohin ihr eure Agenten einsetzen könnt, wenn ihr diese Karte ausspielt. Das heißt, ihr könnt keinen Ort angehen, für den ihr nicht das passende Symbol auf der Hand habt, was eure Auswahlmöglichkeiten einschränkt. Und das ist auf den Startkarten nicht drauf, deswegen werden wir jetzt einfach mal ganz flugs so tun, als hätten wir bereits eine Karte gekauft, und zwar den Botschafter der Gilde in diesem Fall. Und hier seht ihr, dass es noch einen beigen Kasten gibt, in der gleichen Farbe wie der Hintergrund des Symbols, auf das ihr eure Agenten entsenden könnt. Und das bedeutet, wenn ihr diese Karte benutzt, um einen Agenten zu entsenden, löst auch dieses Feld aus. In diesem Fall bekommen wir einen Rufschritt, dazu später mehr, bei einer der Gilden, in dem Fall die Raumfahrergilde. Oder wir können zwei Gewürz erhalten. Und Gewürz ist für viele der mächtigsten Felder, die Währung, um sie benutzen zu können. Alternativ, der untere Bereich einer Karte wird ausgelöst, wenn ihr am Ende eures Zuges, wenn alle eure Agenten versendet wurden, nicht am Ende eures Zuges, sondern natürlich, nachdem ihr mit euren Zügen, mit den Agenten durch seid, der restlichen Karten, die deckt ihr alle auf. Also angenommen, das wäre jetzt eure Hand, die noch übrig ist, dann werden diese Karten alle aufgedeckt. Und ihr schaut, was ihr unten auf den blauen Bereichen habt. In diesem Fall hätten wir hier also zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir eine Allianz mit der Raumfahrergilde hätten, könnten wir drei Gewürze ausgeben, um einen Siegpunkt zu bekommen. Sehr mächtig. Und diese beiden Karten, diese beiden Karten würden uns zum Beispiel zusammen drei Einfluss geben. Und Einfluss ist die Währung, mit der ihr neue Karten aus der Auslage einkaufen könnt. Und ihr seht schon, dass jetzt bei diesen Karten schon sehr viel Überlegungen hineinfließen müssen, wenn ihr neue Karten erwerbt. Was für Symbole an der Seite habt ihr, um bestimmte Felder häufiger angehen zu können oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, sie angehen zu können? Wollt ihr eine Karte für ihren Agenteneffekt spielen oder möchtet ihr sie auf der Hand behalten, weil ihr diesen Effekt nutzen wollt? Aber was, wenn es die einzige Karte ist, mit der ihr einen bestimmten Bereich angehen könnt, den ihr diese Runde unbedingt braucht? Noch dazu kann es sein, dass, wenn ihr Karten kauft, hier Einmaleffekte stehen, die nie wieder auslösen, die aber in dem Moment sehr mächtig sein können. Hier ist wirklich der Kern des Spiels das Herzstück, das wirklich das ist, was auch mich persönlich am meisten anspricht. Aber wir wollen noch gar nicht so sehr in die subjektive Beurteilung des Ganzen, sondern schauen wir uns noch die anderen Mechaniken etwas genauer an. Und hier haben wir einen Ausschnitt des Spielfeldes, auf dem wir ein paar der Felder etwas genauer sehen können. Ihr könnt zum einen sehen, dass jedes Feld mit einem Symbol gekennzeichnet ist und je nachdem welches Symbol das ist, benötigt ihr eben genau dieses Symbol, um eben diesen Ort anfahren zu können. Es gibt dabei sieben verschiedene Symbole, drei die sich auf den Planeten bzw. den Landsrat beziehen und vier die mit den verschiedenen Gilden in Verbindung stehen, die hier links im Bild zu sehen sind. Alle diese verschiedenen Orte haben ein gewisses Grundthema, die mit ihnen verbunden sind. So sind zum Beispiel die Wüstenfelder, die mit dem gelben Dreieck kennzeichnet sind, mit Spice in aller Regel verbunden. Die Felder, auf denen ihr Spice erhalten könnt, haben alle nur dieses Symbol. Oder die verschiedenen Gilden, wie zum Beispiel die Bene Gesserit, die sich eben mit Intrigen und damit Intrigen Karten auseinandersetzen oder euch euer Deck besser manipulieren lassen. Solche Geschichten. Dann kommt noch dazu auf den Ruf-Fraktionen. Jedes Mal, wenn ihr eins dieser Felder benutzt, dann dürft ihr euren entsprechenden Stein um eins vorschieben. Und sobald ihr einmal diesen Punkt erreicht, erhaltet ihr einen von, noch einmal zur Wiederholung, zehn Siegpunkten, den ihr benötigt. Und solltet ihr der erste sein, der hier den gelben Bereich erreicht, bekommt ihr diesen Allianzmarker, der euch einen weiteren temporären Siegpunkt gibt. Sollte irgendwann im Laufe des Spiels jemand an euch vorbeiziehen, nicht gleichziehen, sondern vorbeiziehen, dann müsst ihr diesen Marker abgeben. Ihr verliert einen Siegpunkt und euer Gegner erhält einen Siegpunkt. Sobald ihr in den gelben Bereich kommt, je nachdem bei welcher Fraktion das der Fall ist, erhaltet ihr auch einmalig einen entsprechenden Bonus. In diesem Fall zum Beispiel bei den Fremen Wasser, was sehr passend ist, und eine Intrigenkarte bei den Bene Gesserit. Und die Bene Gesserit sind tatsächlich eine gute Überleitung, denn die Intrigenkarten sind das, was man wohl als das Salz in der Suppe bezeichnen könnte. Es gibt verschiedene Wege, diese Karten zu erhalten und je nachdem, was für eine Art von Karte es ist, könnt ihr sie zu verschiedenen Zeiten ausspielen. Diese Karte zum Beispiel wird in der Konfliktphase, zu der wir gleich kommen, ausgespielt. Während eine solche Komplottkarte immer zu Beginn oder Ende eures Zuges ausgespielt werden kann und die die verschiedensten sehr mächtigen Effekte haben können. Ihr könnt zusätzliche Schwerter für den Konflikt erlangen, dazu kommen wir gleich, oder aber ihr könnt plötzlich Ressourcen erhalten, Rufschritte gehen und so weiter. Diese Spiele sind sehr wichtig und selten habe ich gesehen, dass jemand dieses Spiel gewinnt, der nicht zumindest ein paar Intrigenkarten auf der Hand hatte, denn sie sind auch wichtig für das Bedrohungspotenzial, das sie darstellen. Bis zu sieben Kampfstärke können sich hierauf verbergen und wenn ihr gleich den Konflikt seht, werdet ihr wissen, das ist etwas, was sehr mächtig sein kann. Und dann kommen wir auch schon zum Konflikt. Der findet zum Ende jeder Runde statt, sprich maximal 10 Konflikte werden ausgetragen. Es wird immer zum Ende einer Runde, zum Beginn der nächsten Runde die neue Konfliktkarte aufgedeckt und auf diesen Konfliktkarten stehen dann die jeweiligen Belohnung für den Erstplatzierten, den Zweiplatzierten und in einem Vierspielerspiel den Drittplatzierten. Ihr müsst Truppen einsetzen, dabei ist jede Truppe zwei Kampfstärke wert oder ihr könnt Kampfkarten am Ende der Runde auslegen, ähnlich wie die Karten zum Einfluss kaufen und bekommt dann für jedes Schwert, das darauf abgebildet ist, noch weitere Kampfstärke dazu. Außerdem habt ihr die Gelegenheit, Intrigenkarten zu spielen, die ihr eben schon gesehen habt, um die Kampfstärke noch weiter zu steigern. Und der Kampf ist wirklich sehr wichtig, denn hier wird ein guter Teil der Punkte vergeben. Ihr könnt einen Siegpunkt erhalten und in diesem Fall, gutes Beispiel tatsächlich, auch die Möglichkeit, einen Ort zu besetzen. Denn wenn ihr eines eurer Fähnchen an diesen Ort jetzt legt, wenn ihr diesen Konflikt gewinnen solltet, bekommt ihr jedes Mal den abgebildeten Bonus. Und wenn ein weiterer Konflikt um diesen Ort ausgetragen werden sollte, was passieren kann, aber nicht muss, dann erhaltet ihr direkt zu Beginn eine Truppe ins Zentrum. Der Clou an der ganzen Geschichte ist aber, egal wie der Kampf verläuft, am Ende werden alle Truppen, die sich in der Mitte befinden, vollständig vom Tableau entfernt. Ihr werdet also nicht jeden Konflikt gewinnen können, zumindest im Regelfall, und werdet planen müssen, wann ihr wirklich eure Truppen einsetzen wollt und wann ihr lieber an einem anderen Tag in die Schlacht ziehen wollt. Ihr müsst auch dabei bedenken, dass ihr natürlich nur über das Einsetzen von euren Agenten an bestimmten Orten, nämlich denen, die ein solches Kreuzsymbol tragen, Truppen, die ihr in eurer Garnison angehäuft habt, auch in den Konflikt hineinschieben könnt. Und zwar bis zu zwei, plus das, was eventuell auf dem Feld abgebildet ist. Es gibt aber auch Orte, an denen ihr Truppen generieren könnt, die erst einmal nur in eure Garnison können. Das Konfliktdeck wird dabei zufällig zusammengestellt aus einem Kartenpool der Stufen 1, 2 und 3, sodass ihr euch nie 100% sicher sein könnt, was sich im Spiel befindet und was noch kommen kann. Auch hier sehr wichtig zu bedenken, wenn man sich weiter vorkämpft, während noch am Anfang nur ein Siegpunkt dabei sein kann, oder wie hier zum Beispiel zwei Intrigenkarten. So, wir können in der Konfliktstufe 3 dann tatsächlich auch schon zwei Siegpunkte auf einmal vergeben werden und das ist dann schon mal ein Fünftel, was man für den Spielsieg braucht. Also mit anderen Worten, sehr, sehr mächtig. Zudem könnt ihr im Laufe der Partie auch noch einen dritten Arbeiter dazu gewinnen. Das ist aber kein Automatismus und ihr müsst euch auch gut überlegen, ob ihr das wollt. Denn ihr werdet dafür eine Menge an Solari, sprich Geld benötigen und natürlich auch eine Aktion aufwenden müssen, wobei ihr den gekauften Agenten noch in der gleichen Runde einsetzen könnt. Ihr müsst sie nicht kaufen. Ich habe durchaus auch schon Spiele gesehen, in denen Spieler mit zwei Agenten das Ganze für sich entscheiden konnten. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Überblick ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich Dune Imperium spielt. Und jetzt würde ich euch gerne noch meine persönlichen Gedanken und meine eigene Einschätzung zu dem Spiel mit auf den Weg geben und ob ich das Ganze empfehlen kann oder nicht. Fangen wir ein bisschen hinten an. All die Mechaniken, die ich euch gerade gezeigt habe, hat man natürlich schon mal gesehen. Das Worker Placement ist super klassisch. Worker Placement mit Vorbedingungen glaube ich auch nicht, dass das jemand noch nicht gesehen hat. Auch seit noch nicht so viele Brettspiele gespielt. Der Deckbau funktioniert wirklich genau so, wie man das kennt. Man kauft Karten, die auf den Ablagestapel kommen. Wenn man seine Karten durchgespielt hat, wird das Ganze gemischt, kommt auf den Nachziehstapel und man fängt von da an wieder an, das Deck durchzuarbeiten. Aber die Art und Weise, wie diese Mechaniken ineinander greifen, haben es zumindest mir doch sehr angetan. Die Karten sind sehr klar in ihrer Bildsprache und in dem, was darauf ist und ich habe immer schwierige Entscheidungen zu treffen. In jeder Runde ziehe ich zu Beginn meine fünf Karten auf und muss überlegen, wo möchte ich hin, welchen Effekt will ich auslösen. Aber was ist mit dem Bonus, den mir die Karte gibt, wenn ich sie nicht ausspiele, sondern wenn ich sie am Ende auslege, um neue Karten zu kaufen oder vielleicht sogar Spezialeffekte, die ich dazu gekauft habe, auszulösen. Und was ist, wenn ich nicht dorthin kann, was gerade der perfekte Ort für mich wäre? Wie gehe ich mit diesem Problem um? Worauf kann ich wechseln? Möchte ich Züge darauf verwenden, das Deck auszudünnen, was ja auch Reaktionen sind, eine Mangelware. Ihr habt nur zwei Agenten, ihr könnt auf maximal drei Agenten kommen. Das Spiel geht in der Regel nicht die ganzen zehn Runden und ihr wisst nicht genau, wie lange es gehen wird. Das heißt, in diesem Deckbau, in der Kartennutzung stecken unheimlich viele Überlegungen, die getroffen werden müssen. Und während des Einsetzens müsst ihr überlegen, wollt ihr einen Konflikt für die kommenden Runden vorbereiten? Wollt ihr in diesem Konflikt mitmischen? Und ihr werdet immer erst zum Beginn einer Runde wissen, worum es konkret an Belohnungen geht in diesem Konflikt, in diesem Gefecht. Ihr müsst versuchen, die Gildenpunkte zu erlangen und ihr solltet auf keinen Fall alle Allianzpunkte euren Gegnern überlassen. Das bedeutet aber wiederum, dass ihr hier entsprechende Symbole in euer Deck einkaufen müsst, da ihr ansonsten nach den ersten zwei Runden vermutlich nur noch eine Karte besitzt, mit denen ihr hier Schritte vorwärts gehen könnt. Also allein hier stecken schon eine Menge Abwägungen und Überlegungen. Das Ganze wird noch dadurch verschärft, dass die Spice generierenden Felder, über die ihr eben die Ressource gewürzt, also Spice erhaltet, jede Runde, wo diese nicht genutzt werden, erhöht sich der Ertrag, den man dort erwirtschaften kann. Das bedeutet, ihr müsst den guten Punkt finden, an dem ihr ein solches Feld nutzt, bevor es euer Gegner tut, aber auch nicht zu früh, um die Effizienz zu steigern. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich die besten Spice-Felder Wasser benötigen als Ressource, die wiederum nicht so einfach zu bekommen ist. Also hier greift für mich persönlich sehr vieles zusammen und es ist ein sehr taktisches Spiel. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, ihr wisst nicht exakt, welche Karten ihr nachzieht, also wisst ihr auch noch nicht exakt, wohin ihr gehen könnt, außer ihr habt das Deck entsprechend gut vorbereitet und könnt es stark durchzuholen in einer Runde. All das ist möglich und ihr müsst dann immer mit den Gegebenheiten arbeiten, die kommen. Ihr wisst auch nicht genau, auf welche Felder eure Gegner gehen können oder werden, da es vielleicht das logische Feld gibt, das für ihn das Beste wäre. Aber vielleicht kann er dort gar nicht hingehen. Außerdem müsst ihr schauen, dass ihr, wenn ihr hier euren Ruf mit den Fraktionen verbessern wollt, dass es immer ein Feld gibt, das ihr einfach so nutzen könnt, mit einem aber eher schwächeren Effekt und es gibt andere Felder, die kosten dann immer etwas, in aller Regel Spice, außer bei den Freben einmal das Wasser. Und mit diesen Aktionen könnt ihr natürlich sehr viel mächtigere Effekte auslösen. Die Konflikte funktionieren hervorragend, sie sind simpel in ihrer Übersichtlichkeit. Ihr könnt mit einem Blick abschätzen, wer ungefähr vorne liegt, habt aber über die noch nicht ausgespielten Karten, die am Ende auch eben Kampfsymbole beinhalten können und vor allen Dingen über die Intrigenkarten. Da können sich diese Kampfwerte alle nochmal verändern, sodass immer eine Unwägbarkeit und eine Unsicherheit da bleibt. Werfe ich jetzt noch fünf Truppen, was eine große Anzahl ist, in diesen Konflikt und hoffe, dass mein Gegenüber nicht noch irgendwo aus der Hinterhand dann sechs Kampfstärke ziehen kann, die er benötigt, um an mir vorbeizuziehen? Oder hat er die entsprechenden Intrigenkarten? Gehe ich dieses Risiko ein, versuche ich mich selbst mit Intrigenkarten abzusichern? Es ist wirklich eine Menge drin. Ich habe noch keine Partie gespielt, die in irgendeiner Form langweilig war und es ist einfach ein Träumchen. Zumindest für mich. Dieses Spiel wird insgesamt sehr hoch bewertet, aber es liegt tatsächlich nicht jedem. Naheliegendstes Beispiel, der gute Ben, ist tatsächlich kein so großer Fan wie ich und hat auch ein paar Kritikpunkte angesprochen, die ich an der Stelle auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Das Spiel ist bei weitem nämlich nicht perfekt. Es gibt ein paar Dinge, die können einem sauber aufstoßen. Zum einen ist diese Auslage natürlich recht zufällig und es kann durchaus sein, dass hier durch die Bankweh Karten liegen, die niemand wirklich haben möchte. Dann gibt es aber keine Funktion, um diese Karten hier zu ändern. Und dann kann es sein, dass das Spiel in diesem Zusammenhang stagniert oder jemand sich halt an irgendeinem Punkt opfert, eine dieser Karten erwirbt, dann wird eine neue aufgedeckt und die ist dann vielleicht deutlich besser. Aber davon hat man dann selber ja nicht zwingend etwas, außer man hat noch so viele Einflusspunkte parat, dass man eben noch eine weitere Karte einkaufen kann. Man ist nicht begrenzt, man kann mehrere Karten kaufen. Häufig wird man nur eine erwerben. Und natürlich könnt ihr sehr stark versuchen, euer Deck eben speziell auszubauen, aber die Auslage bestimmt natürlich, was ihr kaufen könnt. Und durch den Aspekt, dass ihr die Karten mischt, kann es natürlich trotzdem passieren. In dieser Runde wäre es für euch unheimlich wichtig, mit der Raumfahrer-Gilde Kontakt aufzunehmen, eine riesige Menge Truppen einmal in die Wüste zu schmeißen und die zwei Punkte, die ihr noch zum Sieg benötigt, an euch zu reißen. Aber die eine Karte, die liegen geblieben ist beim Nachziehen, das war die Karte, auf der sich euer Raumfahrer-Symbol befunden hat. Und dann werdet ihr das eventuell nicht tun können. Das kann frustrierend sein, man kann da sicherlich gegenhalten, aber es ist ein solches Spiel, in dem euch auch Zwänge auferlegt werden und wo ihr durchaus von Runde zu Runde schauen müsst, wie hole ich jetzt das Beste aus der Situation, in der ich mich in diesem Moment befinde. Also sehr strategisch angelegte Geister, die gerne die Möglichkeit haben, viele Züge im Voraus vorzubereiten und zu planen. Das ist möglich, aber unter Einschränkung. Das muss einem bewusst sein. Und das Spiel muss auch nicht 100% fair sein. Bei den Intrigenkarten, die sind alle gut, aber gerade später im Spielverlauf kann es natürlich sein, dass man genau die Intrigenkarte erhält, die man nicht mehr zwingend braucht. Oder dass man eben genau die Intrigenkarte zieht, mit der man noch sieben Kampfstärke für den finalen Konflikt ins Renn werfen kann und so die sicher geglaubte Niederlage in einen Sieg umwandeln kann. Also sind das Dinge, die man einplanen muss. Dazu kommt, dass es selten, aber in diesem Intrigenstapel Karten gibt, die sich auf die Entwertung auswirken. So gibt es hier diese Karten, die man immer erwerben kann, bei denen man einen Siegpunkt beim Kaufen erhält. Es gibt aber auch eine Intrigenkarte, die sagt, wenn man zwei von diesen Karten hat, erhält man am Ende in der Entwertung einen Siegpunkt extra. Und wenn man die meisten dieser Karten hat, ich muss mich korrigieren, es müssten drei sein, und wenn man die meisten dieser Karten hat, dann erhält man noch einen zweiten zusätzlichen Siegpunkt, sodass jemand, die zehn Punkte erreichen kann, den Sieg sicher glaubt und der Spieler, der gerade noch einen Punkt hinter ihm lag, sagt, Entschuldigung, ich bekomme noch zwei Siegpunkte. Ah, du hast leider nicht die eine andere Karte, die auch noch in der Entwertung Siegpunkte gegeben, dann ziehe ich wohl noch mal an dir vorbei. Das ist gemein, das kann wehtun, aber passt auch ein wenig zur Natur des Spiels. Wenn ihr aber unheimlich gern überlegt, welche Karten wollt ihr da werben, die Effekte, all diese Karten haben unterschiedliche Effekte, sie sind nicht einzigartig im Deck, aber es sind schon sehr viele unterschiedliche, wie kann ich das kombinieren, was bringt das mit den Sachen, die ich schon habe, aber das Symbol, das Symbol kann ich gar nicht gebrauchen, davon habe ich schon so viele. Wenn ich jetzt die nehme, dann fehlt mir die Möglichkeit, bei den Fraktionen hochzugehen, und das sind einfach, wie ihr seht, das sind mindestens vier Punkte, wenn man die unteren erreicht und können theoretisch bis zu acht von zehn Punkten sein. Das werdet ihr natürlich realistischerweise niemals erreichen. Es ist wirklich, was das angeht, sehr gut. Was kommt noch an Pluspunkten dazu? Es ist ein Spiel, das auch schon zu zweit sehr gut funktioniert. Es enthält dann einen dritten Nichtspieler. Automa wäre zu hoch gegriffen, der über ein spezielles Kartendeck gesteuert wird oder über eine App, dazu später gleich mehr, der einfach bestimmte Felder belegt und somit einen dritten Spieler simuliert. Auch wichtig für die Konflikte, an denen er auch teilnimmt, sodass es nicht zu einseitig werden kann. Das hat super wenig Aufwand, ist super schnell erledigt und funktioniert wirklich erstaunlich gut. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass hier Felder besetzt werden können, ohne dass ihr das auslesen könnt. Wenn keiner eurer Gegner Gewürz besitzt, dann wisst ihr, ihr habt es relativ einfach. Ihr werdet sehr sicher, dieses Feld, das Weiß kostet, eben besetzen können. Beim Automa, bei dem Nichtspieler für Zweispieler, kann es passieren, dass er natürlich genau auf dieses Feld geht. Aber das Kartendeck wird nicht einfach ständig wieder gemischt. Es ist nicht super zufällig. Das heißt, wenn ihr wisst, und ihr dürft auch jederzeit gucken, welche Karten bereits aus dem Deck eben gespielt worden sind, ihr könnt dann auch einschätzen, da war er schon, dort wird er wohl erstmal nicht hingehen, bis ihr eine Karte zieht, die sagt, misch den Stapel neu, ab dann ist wieder alles offen. Und wo wir gerade eben bei der Zweispieler-Variante sind, dieses Spiel funktioniert auch, und ich selbst war der überraschteste Mensch, Solo ganz hervorragend. Das ist ein ganz hervorragendes Solospiel. Ihr habt dann zwei Gegner, die auch ebenfalls über dieses Kartendeck gesteuert werden. Ich empfehle aber, die App zu nutzen. Das macht das Ganze noch einfacher und angenehmer. Aber, das ist das Schöne, man benötigt keine App für dieses Spiel. Zu der App, wie gesagt, komme ich aber gleich noch. Und das Spiel mit diesen beiden Autobahn, der Schwierigkeitsgrad, den kann man einstellen, die das Abhandeln davon. Weil, was möchte ich in einem Solospiel am meisten tun? Ich möchte dran sein. Ich möchte über interessante Sachen nachdenken. Und ich möchte das auch tun. Und das tut ihr hier. Ihr habt euren Zug. Danach macht ihr, zack, was machst du? Du gehst dahin. Du bekommst diese zwei Soldaten da rein. Alles klar, fertig. Du, zack, wo gehst du hin? Du gehst auf dieses andere Feld. Du bekommst diesmal keine Truppen. Schwein gehabt. Aber, ah, du blockierst das Feld, wo ich als nächstes hin wollte. Egal. Fertig. Ich bin wieder dran. Die sammeln über eine versimpelte Regel auch Punkte im Laufe der Zeit. Die bekommen eventuell Ressourcen, können halt die Konflikte gewinnen und kommen nach und nach eben nach oben, bekommen auch nach einer Weile eben den dritten Agenten zum Einsetzen. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich spiele sehr selten, spiele Solo. Ich bringe sie auch ungern Solo für mich auf den Tisch. Ich bin häufig der Meinung, wenn ich schon alleine spiele, könnte ich mich auch an den Computer setzen, denn der soziale Aspekt fällt ja sowieso weg. Und dieses Spiel habe ich schon häufig Solo gespielt und auch schon auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe geschlagen. Das ist auch eine absolute Empfehlung für den Solo-Bereich von mir. Und als letztes noch die App-Unterstützung. Für dieses Spiel gibt es nämlich eine App und in dieser App ist einmal das Solo-Spiel abgebildet. Das heißt, dort könnt ihr eben das Ziehen der Karten übernehmen lassen und dort wird eben auch dann für euch gemanagt, dass die Karten wieder gemischt werden. Es wird euch gesagt, wann hier Karten aus diesem Deck ausgetauscht werden. Das ist auch wichtig. Im Solo-Spiel kann es eben immer wieder passieren, dass eure Nicht-Spieler-Gegner hier Karten herausnehmen, sodass ein guter Durchlauf entsteht, der sogar besser sein kann, als der Durchlauf im Zweispieler- oder Dreispielerspiel. Da einfach zufällig auch Karten wegkommen. Und wenn es mal eine schlechte Auslage gibt, freut ihr euch da vielleicht drüber. Und abgesehen von dieser App-Unterstützung für den Ein- und Zweispieler-Modus enthält es auch noch ein paar andere Spielmodi, die ich persönlich noch nicht ausprobiert habe. Dazu bin ich noch nicht gekommen und habe auch noch keine Gruppe da gehabt. Aber zum Beispiel gibt es eine Variante, in der es jede Runde Zufallsereignisse gibt, verschiedenste Art, die dazu führen, dass zum Beispiel auf ein bestimmtes Feld Gewürz gelegt wird. Und diejenigen, die es zuerst benutzen, können dann nach und nach von dort eben eine entsprechende Menge Gewürz wegnehmen. Oder es wird eine Schätzung abgegeben. Man kann vermuten, wer den nächsten Konflikt gewinnt zum Beispiel. Und diejenigen, die da richtig entscheiden, enthalten einen Bonus, vielleicht sogar einen Siegpunkt. Und für die Landsrat-Felder hier oben, wenn man eben in den Landsrat geht, im normalen Spiel einfach zwei dauerhafte Einfluss für das Erwerben von Karten, dann kriegt man einen einmaligen Bonus und der ist dann aber auch weg. Und der nächste, der in den Landsrat geht, der kann nur noch aus den verbleibenden Boni auswählen. Außerdem gibt es noch eine weitere Variante, die für ein kürzeres Spiel sorgen soll, in der am Anfang eine Draft-Phase stattfindet. Also eures Startkartendecks, einfach aus zehn relativ simplen und schwachen Karten bekommt ihr zufällig eine, ich glaube, es sind vier Karten auf die Hand und dürft bis zu einem Gesamtwert von sieben Einflusskarten erwerben. Und die Anzahl an Karten, die ihr kauft, die Anzahl an Karten entfernt ihr auch aus eurem Startdeck, sodass ihr immer mit zehn Karten anfangt. Ja, und das bringt mich dann auch schon zum Ende meines Überblicks und meiner Rezension. Von mir kriegt dieses Spiel eine absolute Empfehlung. Ich habe damit unheimlich viel Spaß schon gehabt, habe von wenigen Spielen so viele Partien gespielt wie von denen hier, auch wenn einige davon solo entstanden sind. Und ich werde es auf jeden Fall noch häufig auf den Tisch bringen. Das Ganze ist, man soll ja enthüllen, wenn man Dinge nicht selbst gekauft hat, damit der geneigte Zuschauer weiß, woher man das bekommen hat. Ich habe dieses Spiel nicht selber gekauft. Es ist eine zur Verfügung gestellte Version, und zwar vom Brettspielblog. Vielen Dank an dieser Stelle an den Brettspielblog dafür. Und es wird auch auf jeden Fall erst einmal bei mir verbleiben. Ich bin sehr gespannt auf die Erweiterung, die zum Ende dieses Jahres angekündigt worden ist und dieses Spiel noch um weitere Mechaniken ausbauen soll, auf die ich jetzt aber natürlich nicht näher eingehen möchte. Ja, und wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt, dann lasst doch in den Kommentaren gerne eine Beschreibung da, wie ist das Spiel bei euch angekommen, was fandet ihr besonders gut, wenn ihr es nicht so mögt, was sind die Schwächen, die euch aufgefallen sind, so dass alle werten Zuschauer dieses Videos noch die Chance haben, mit zusätzlichem Inpunkt zu entscheiden, ob Dune Imperium etwas für sie ist. Und da ich jetzt doch einen relativ normalen Text eingesprochen habe und auf die ganzen tollen Anspielungen verzichtet habe, die ich in mühsamer Kleinstarbeit vorgestellt habe, noch eine kleine Bonusrunde, während ihr hier diesen Links folgen könnt. Und zwar ist es wichtig, dass ihr euer Deck richtig gut aufbaut, denn wenn ihr die falschen Karten gekauft habt, dann habt ihr ganz schnell Sand im Getriebe. Und macht euch keine Sorgen, das Thema des Spiels ist im Gegensatz zu den meisten Euros überhaupt nicht trocken, auch wenn wir auf einem Wüstenplaneten kämpfen. Und lasst euch nicht zu sehr hineinziehen, damit das Ganze nicht in Wüstebeschimpfungen ändern.